Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Ein weiteres Video, Animations Throwdown, mit mir, dem wir gleich hier. Gilde Nummer 2, Rumble Time gegen Spaceballs. Ja, es tut mir richtig leid, in der Seele weh, diese Gilde zerstören zu müssen. Weil eigentlich bin ich absoluter Spaceballs-Fan. Kennt ihr den Film? Möge der Saft mit euch sein. Ich hab das geliebt, das Ding. So, ähm, muss ich mich beeilen. Das ist unglaublich. So. Ich fange das schon mal an. Spaceballs, the Guild. Alter, was ist so komponiert, ne? Ich bin ein Möter. Halb Hund, halb Köter und mein bester Freund. Ja, kennst du nicht Spaceballs? Ach, den hatten wir, glaube ich, nie gesehen. Den wollte ich mal irgendwann mit dir gucken. Also, empfehlenswert für alle Fans von Star Wars. Das ist nämlich die Veräppelung von Star Wars. Mega cool. Bibo 7777. Hä? Hm? Was denn? Du sagst, du kannst keine Karten nutzen. Ja, weil er keine hat. Ernst du? Ja. Geht das? Ja, ich hab's auch, ich hab's, glaube ich, bis jetzt einmal gesehen. Und der Typ hat echt keine Karten. Was? Ja, also er hat Karten schon, aber er hat keine Karten im Deck. Äh, geht das ganz klar überhaupt schon? Ja. Das ist unglaublich. Ja, ich weiß nicht, was der Kerl geschafft hat, aber... Karten hat auf jeden Fall nicht im Deck. Ne, Karten hat er nicht im Deck. Dadurch konnte ich ihn mit einem glatten 100 beziehen. Ja, aber dafür hat er einen Fry als Charakter und wenn man Pech hat, macht er einen Punch und du kriegst keine kompletten 100. Ohne Karten 99. Ist witzig, oder? Ja, super. So. Ja, Leute, ihr werdet das später eventuell sehen. Mit meinem ersten Count weiß ich nicht, weil bei der gegnerischen Gilde von Gilde 1 ist tatsächlich einer dabei, der hat, äh... Ich weiß nicht, was er geschafft hat, aber irgendwie hat er keine Karten im Deck. Das ist auch, äh... Vor allem, wie wir dann kämpfen. Kämpft er mit? Ja, nee, du kannst ja für den Rumble kannst du ja auch ein Deck einstellen. Und wahrscheinlich hat er da irgendwie ein Deck eingestellt, was eben keine Karten drin hat. Das sollte vielleicht jeder mal bei sich nachschauen, was für ein Deck eingestellt ist, ja. Ein Deck ohne Karten. Weil ein Deck ohne Karten ist, ähm... Kein gutes Deck. Ich glaube, da kann man gewinnen. Ähm... Ja. Oh. Ich glaube, das ist gut, um eine Karten zu spielen. Mhm. Diese Kompos-OP gucken wir gleich. Mhm. Hier. Ja, ja. So, ich mache jetzt hier den... Wenn ihr es googelt... Ja. Ja. Und damit ist das Ding hier relativ locker... Ja, ganz easy gewonnen. ...gewonnen. Was denn? Was denn? Ich kenne es gerade, aber gleich. Ja? Und? Ja, das war komisch. Was war komisch? Weil ich es gerade noch so viel kapiert habe. So, aber egal. Okay. Machen wir mal wieder... Schon gut, vielleicht. Okay. So. Die Roche. Das ist die Frage. Was machen wir mit dem? Nein, 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 nein. Hörst du auf. So. Und, ähm... Wenn nicht, cool. Eugene Belcher. 94. Jo, das Ding, das wird relativ einfach gewonnen werden. Hm. Spannender wird es jetzt gleich nochmal in Gilde 1 werden. So, Mr. Front. Der Typ hat ein bisschen draußen gewonnen. Hm. Hm. Ja, sowas gibt es halt auch. Hm. So, ja. Seid ihr denn auch schon im WM-Fieber? Äh, heute Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ja. 5 Uhr. Direkt, wenn der nächste Rumble beginnt. Aber... 5 Uhr. 5 Uhr. Aber heute Mittag, ne? Hm. Nachmittag, ja. Ja. Ich hab noch Mittag. Ja. So. Und... 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 Ja, natürlich gucke ich das. Na klar. Erst gucke ich das und danach zerstören. Na ja, schauen wir mal, wer der nächste Gegner ist, bevor ich jetzt hier die Klappe aufreiße. Ähm. So, noch zwei Matches, dann geht's... Toll, bro. Super Standort. Geilo. Nur, nur, nur den Klappe bekommen. Ja, das hab ich gerade auch. Das hab ich jetzt gerade hier auch. Das find ich jetzt... Das hab ich jetzt... Aber eine Charakterkarte. Cool, ich hab zu... Das hab ich sogar... Guck mal. Auf allen drei Accounts, also auf dem, auf dem und auf dem... Das ist unglaublich. Haben die, setzen die das irgendwie zeitlich ein? So, jetzt, äh, zu diesem Zeitpunkt, keine Ahnung, kriegen alle nur Charakterkarten oder was? Was ist denn das? Drei Accounts, alle drei gleichzeitig, haben nur Combo-Karten. Unglaublich. Das gibt's so nett. Guck hier. Hier auch. Unglaublich. Also, zur Erklärung, ich spiel gerade mit dem ersten Account noch ein bisschen vor, weil das letzte Mal ist mir... Wir kämpfen hier in den gleichen... Shit. Shit gegen Shit. Gegen Shit. Shit. Okay. Ja, und da konnte ich das Spiel nicht, äh, den Rumble nicht fertig machen. Dann konnte ich gerade mal fünf Matches machen, weil mir, äh, in einer Tour das Spiel abgestürzt ist, und, äh, das hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, weil es hat mich auch extrem viele Punkte gekostet. Ähm, fand ich nicht wirklich sprickelnd. 41 Schaden. So, nice. Habt ihr? Ich hab den Vortil gesehen. Hey. Mach dir nix, ist ja gut. So. Ist doch gut. Gut, gut. So. Ähm, gleich noch eine glatte Puppe. Und das war jetzt das letzte Match hier. Und dann geht's drüber in Gilde 1. Eine glatte 100. Ja, Mann. Jürgen. Oh mein Gott, Schaff, die Herr Geijs Lieblings-Kombo. So. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Ich hab gleich Lieblings-Kombo als ausgespielt. Schlimme Tina. Die Schlimme Tina. So, dann gucken wir mal hier rein. Die hatten gerade mal nur 19 aktive. 33.212 gegen 12.000. 26 für Kadli wieder die 1.000. Das ist einfach unglaublich. Ich verstehe das nicht. Gabriel, Dante, Mann, selbst wenn ich will. Also selbst, ich habe keine Ahnung. Zados, Nati, Nate, Will, Hasgnecht, Player, 21 Savage, Andrelo, Jesse, Julian, Kenberger, Georgios, Dreyfuchs, Oshii, Schmovie, The King, Manubaya, Bibi, 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 Snortz, Ililil, Dabini, Alexander, Marunga, Tamash, X-Trike, Raffi, James, Albertus, Simar, Plays to Tear, Mark Oliver, 500, Kragmüller, Tino, Eisenzwerg, Nüsse, 2, Out2Rack, Stefan, Mark Fowl, Phobos, Badass, Charlene und BigBoo, Bruce, Bruce. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Like da, schreibt was in die Kommentare. Aber wenn ich den Kanal schalte es jetzt mal wieder einmal wieder an, wie es heißt Animations 2 oder Mirimann gleich. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal wieder an, wie es heißt,